What are you doing? Chloe, you're stalling. I'm changing. Give me a minute. Life is strange. Es passt nicht viel Zeit für die Begröße. Wir müssen uns beeilen, dass sie nicht erwischt. Das ist so wie im letzten Part. Da hat sie ja... Hat sie ja eine Packung dazu bekommen. Das finde ich nicht so cool. Jetzt machen wir hoffentlich alles richtig, was sie uns mag. Jesus, I'm just trying on clothes. You're so friggin paranoid. Ja, combat? We'll do that to you. So, schön sehen. Ähm... Ähm, ich weiß nicht. Stopp treating me and my mom like we're your family platoon! Hey, leave Joyce out of this! I wish you'd leave Joyce! Like now! Wir machen alles falsch. Er sagt, okay, er ist einfach anstrengend. Don't touch me again, asshole! That's the last time! Or I'll bring the cops in here so fast! You're not that dumb. I'd be smart to have you busted! Chloe... Someday you'll grow up. Dann hätte sie noch mehr bekommen wegen uns. Hey, you okay? Welcome to the real step-douches of Arcadia Bay. I'm sorry. For what? He would've been a bigger dick if he caught you in here. That's hard to believe. Anyway, let's sneak out the window. There is one cool place we can go to in this hickhole. David was such a mean bastard to Chloe. What if I had stepped up to help? Yeah, that's good. If he would've seen us... He would've been all over. He'd have been so busy. He would've been so sick. He could've been so sick. He could've even been sick for us. Und da hat er ja gesagt so, ja, ich mag keine Fremde in meinem Haus. Und ja, ich glaube, das war ganz okay. Ich glaube, das bedeutet nichts Gutes. Wie kann ich dir die Nachrichten anschauen? Einfach zu dumm dafür. Bärchen sind so glücklich, dass sie immer wegkommen können. Das ist ein dumm Vogel, oder? So ein Trottel. Na? Können wir gleich hier stehen? Komm, das kriegen wir hin. Mach ein Foto. Ach, das ist so ein... Das muss funktionieren. Komm. Komm. Schaffen wir. Oh, du Bratze, Alter. Bleib da jetzt. Ich will jetzt ein Foto von dem. Ich will jetzt nicht bleiben. Dreh dich um. Dreh dich um. Und er sieht uns trotzdem. Ja, okay, dann geht das vielleicht nicht. Ich weiß es nicht. Ich gucke mich hier noch schnell drüber. Ich gucke mich hier an. Ich gucke mich hier an. Was ist das denn? Jetzt krieg ich ja keine Entziffern. Okay. Kommt jetzt drauf an, von welchem Spiel die das meinen? Ich wüsste da so eins, was mit Wind zu tun hätte. Und, hätte ich jetzt gesagt, weil, ja, weil Baum. Ja, aber hier können wir ein Foto machen. Das hat mich auch wunderbar verkackt. Anscheinend kann man 5,5 Knallfotos machen. Ich weiß nicht, ich mach's immer falsch. Wowzer, Chloe drew that to mark our tree fort. So we'd always be able to find each other in case of emergency. Ich mag die Aussicht, die ist relativ schön. Ist ja auch ein schöner Ort hier. Gefällt mir. Ich bin sicher, dass du nicht alleine bist? Sit down, wenn du willst. Bist du mich an? Ich wollte nur ein Backup. Ich bin nicht so großartig als du. Und David ist, insofern, ein Stepdouche. Entschuldigung, ich hatte es zu erleben. Du musst ihn mit ihm leben. Hat er immer so oft gewesen sein? Seitdem meine Mäu verletzt hat ihn in unsere Haus. Ich habe noch nie geglaubt David. Er hat sich auf den Karten geflogen. Er hat sich mit ihm geflogen. Ich weiß, sie ist cool. Nur die Prick würde ihn. Er hat eine Art irgendeine Art. Er hat viele secreten Files. Rambo still denkt er hat er seine Gegenstände. Hat er sich nachher gesehen? Ich wünschte sie. Ich wünsche dir ich sie. Ich würde sie. They must be important, or he wouldn't hide them deep in his garage, Punker. He kinda creeps me out. I bet the truth is out there in his files. Most likely, but it's good you didn't find his files. He would go ballistic. He's a total surveillance fetish. Were there spy cams in the house? I knew you didn't know. Chloe, your house is under surveillance. What are you talking about? There are cameras all over the house. I saw it on a monitor in the garage. I knew it. He is so hella fucking paranoid. I'll keep this a secret for now. Sometimes ignorance is bliss. No wonder I'm so miserable. Everybody in this town knows everybody's secrets. What's Nathan's secret? He's an elite asshole who sells bad shit cut with laxative. And he dosed me with some drug in his room. What? I met him in some shithole bar that didn't card me. He was too rich for the place and too wasted and he kept flashing bills. Just tell me what happened, Chloe. Now. I was an idiot. I thought he was so blazed it would be an easy score. You needed money that bad? Actually, yes. I owe big time. And I thought I'd have enough for me and Rachel if she showed up. How much do you owe? Three grand plus interest. And before I could get a chunk of that from Nathan, he dosed my drink with some shit. God, Chloe. I can't believe this. I mean, I do. Then what? I know I passed out on the floor. I woke up and that perv was smiling, crawling towards me with a camera. Go on. Everything was a blur. I tried to kick him in the balls and broke a lamp. Nathan freaked, so I managed to bum rush the door and get the hell out. Max, it was insane. Chloe, that is so fucked up. What did you do then? I figured I would make him pay me to keep quiet. So we met in the bathroom. And he brought a gun. That was Nathans last mistake. Ähm, ich weiß nicht, ob es so gut ist, wenn wir da. Ja, doch. What are you going to do? Pop a cap in his ass? Let's call the police. Screw that. Good thing you didn't tell anyone. Now I'm bringing the Walter White down on him. I won't always be there to save you. You were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like... Destiny. Ich mag, glaube ich, sie hat einen coolen Charakter. Ich mag, glaube ich, sie hat einen coolen Charakter. Oh no! Not again! Why is this happening to me? Why am I here again? Is Chloe still up there? I have to find out. Oh, my God. How do I get through? Wow, the sound is extremely loud. What should I do? That was so nice. Now everything is ruined. I have never seen a storm like this in Oregon. Okay. Stimmt. Let's run. I can't do it. Und wir sind hier wieder. Ich weiß nicht, wie es das ist. Ist es friday? Das ist nur vier Tage entfernt! Oh no! Der Tornado ist für die Stadt! Chloe, du bist hier! Ich bin zurück! Oh mein Gott, das ist echt! Es ist echt! Oh man, das ist echt! Max! Max, was ist passiert? You totally blacked out! Ich habe nicht blackout! Ich hatte eine andere Vision! Die Stadt wird getrennt durch ein Tornado! Oregon bekommt ungefähr fünf Tornados alle 20 Jahre. Du zonest! Nein, nein! Ich habe es gesehen! Ich konnte eigentlich fühlen die Elektrizität in der Luft! Komm schon, schau mal, okay? Chloe, ich bin nicht verrückt! Aber es ist etwas anderes, ich muss dir sagen. Es ist etwas... Hardcore! Talk to me, Max! Ich hatte das gleiche Vision in der Klasse. Wenn ich aus der Zeit habe, ich herausbekommen, dass ich die Zeit verabschiede kann. Wie ich gesagt habe, nicht verrückt. Aber high, right? Listen to mich! Wie glaube ich, ich habe dich in der Klasse gewählt? By reversing Zeit? Ja, sicher! Ich habe dich getrennt, Chloe. Ich habe dich tatsächlich... sterben. Ich habe mich zurückgekehrt und aufbauen. Okay, I see you're a geek now with a great imagination, but this isn't anime or a video game. People don't have those powers, Max. I don't know what I have, but I have it. And I'm scared shitless. You need to get high. It's been a hell insane fucking day. Was ist Schneid? What the hell is this? Snowflakes? It's like 80 degrees. How? Climate change. Or a storm is coming. Max, start from the beginning. Tell me everything. Oh my god, das ist zu schön, Chloe. Mein Name. Vierter Amzinger We played Hiding sick in waterfalls We were younger We were younger We were younger We were younger We played Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020